Hey Leute, ich habe noch von der letzten Aufdachdämmung Barrester da, das ist gepresstes Holz von Papatex, also Holzspäne, was aufs Dach drauf kommt, wunderbares Zeug, schön trocken, dämmt das Dach schön, und heute machen wir mal den Feuertest, dann regnen wir hier in den Ofen rein, jetzt sehen wir schon, wie das schön übergeht das Feuer in diese Dämmung, wie gesagt, es ist kein Klebstoff oder irgendwas dran, es ist gepresste Holzspäne, mit Hochdruck gepresst, und es geht ab wie Schmitzgratz, ich mache es erstmal zu, geht dabei. Herrlich, wie es brennt, also die Dämmungsreste muss man nicht in den Container entzogen, man kann sie wirklich in den Ofen schmeißen, es spart Energie, oder es spart uns Gas, oder Kohle, wie gesagt, feine Papatex-Auftachdämmung, perfekt für den Ofen, und für das Dach.